Im Leben jedes Mannes kommt die Zeit, wenn dein Land dich braucht. Aber ich hab's doch verweigert! Doch dieses Mal steht mehr auf dem Spiel als nur dein Vaterland. Einmal husten, bitte. Nicht schreien. Husten. Jetzt entspann dich mal ein bisschen abgegeben haben. War der Urin von meiner Freundin. Und die hat Diabetes. Lemble, Sebastian und Schleifer, Torst. Die haben beide Diabetes. Außerdem sind sie beide schwanger. Das ist der Wichser, der uns die Höchstchen geklaut hat. Wollen wir sie darunter, Lemble? Riechst du dran oder trägst du sie auch? Sechs furchtlose Helden. Am falschen Ort, zur falschen Zeit. Was willst du, Gregory? Du wirst genau, was ich willst. Wieso mient der Quotentürke eigentlich schon wieder den Anfeiter, wie ich ein geborener Anführer bin? So, jetzt nicht mehr. Seid ihr der Quotentürke, wie er wirklich zies begann? Ups. Der Brünnungsflag. Wir sind zwar alle verschieden, aber irgendwie gehören wir doch zusammen. Was wird das? Der schwule Moment des Tages? Keine Sorge, gute Frau. Wir sind von der Bundeswehr. Hi! Sieben Cheeseburger Minus, bitte. Walsche! Wir sind keine Loser. Wir sind Deutsche. Wenn wir Loser wären, hätten wir dann die beiden Weltkriege gewonnen? Ähm, Ufo, wir haben die beiden Weltkriege nicht gewonnen.